Herzlich willkommen zu Ihrem Podcast zur Vorlesung Semantik und Pragmatik an der HHU. Ich bin Simon Kasper und in dieser Folge spreche ich über die Frage, was tut man noch, indem man etwas sagt oder aussagt. Wir alle wissen, dass wir, wenn wir etwas sagen, nicht von der Wirklichkeit losgelöst sind, sondern Teil der Wirklichkeit sind, über die wir sprechen. Das wird zum Beispiel immer dann deutlich, wenn wir jemanden böse beleidigen und dies praktische Konsequenzen für uns hat. Wir sagen aber auch sehr vieles über die Wirklichkeit, mit dem wir die Wirklichkeit nicht verändern, weil wir eben nur über sie sprechen, ohne an ihr beteiligt zu sein. Niemand ist 2020 so viel auf Spotify gehört worden wie Capital Bra. Das können wir sagen, aber es betrifft uns nicht. Und das ist auch ein Stück weit so mit dem Beginn der wahrheitsfunktionalen Semantik. Erinnern Sie sich? Sie ist aus einer Unzufriedenheit mit der natürlichen Sprache entstanden. Die natürliche Sprache hat sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts als so mehrdeutig und unpräzise erwiesen, dass sich mit ihr logische Schlussfolgerungen nicht adäquat darstellen lassen. Außerdem, so erkannte man angesichts der damals entstehenden modernen Naturwissenschaft, kann uns die natürliche Sprache aufs Glatteis führen. Nur weil wir gleichermaßen das Atom wie die Gerechtigkeit sagen können, heißt das noch längst nicht, dass es die Gerechtigkeit in der Welt auf die gleiche Weise gibt wie das Atom. Solche Erwägungen waren es, auf denen die moderne Sprachphilosophie aufgebaut hat, aus der dann wiederum die wahrheitsfunktionale Semantik erwachsen ist. Die frühen Bedeutungsprobleme haben sich also darum gedreht, wie die Sprache die Welt repräsentiert und inwiefern ihre Funktionsweise ein Hindernis für den wissenschaftlichen, vor allem den naturwissenschaftlichen Fortschritt ist, weil in die Sprache sozusagen ein irrationales Weltbild eingebaut ist, ein mythisches, das man nicht aus ihr rauskriegt, wenn man versucht, über gesicherte naturwissenschaftliche Tatsachen zu sprechen. Es ging um die Repräsentation von logischen Zusammenhängen, aber eben auch von physikalischen, also von Raum, Zeit und Materie. Die Relativitätstheorie war aktuell. Es ging also um Fragen, die sehr weit weg sind von den WissenschaftlerInnen und PhilosophInnen, die über sie sprachen, Dinge, die überhaupt nicht davon tangiert wurden, ob und wie jemand über sie sprach. Aber man musste ja irgendwie Aussagen über diese Phänomene machen. Und das hat die Semantik geprägt. Sie hat sich lange Zeit nur mit der Frage der Repräsentation, der Abbildung begnügt. Und davon zeugen ja sogar auch viele Zeichentheorien und das semiotische Dreieck. Darin wird nicht einmal dargestellt, dass diejenigen, die sprachliche Ausdrücke benutzen, die sich auf die Wirklichkeit beziehen, selbst Teil der Wirklichkeit sind, dass mit sprachlichen Ausdrücken Wirklichkeit geprägt und verändert werden kann. Dass Sprache mehr ist als Repräsentation, ist dann zur Mitte des 20. Jahrhunderts langsam ins Zentrum des Interesses gerückt. Und zwar mit der sogenannten Sprechakttheorie. Und um die geht's jetzt. Als einer der Ersten hat sich John Austin systematisch damit beschäftigt, was man außer Repräsentieren noch tut, indem man etwas sagt und wie man es tut. Sprachliche Äußerungen, mit denen wir etwas beschreiben, berichten oder behaupten, so wie in Niemand ist 2020 so viel auf Spotify gehört worden wie Capital Bra, nennt Austin konstative Äußerungen. Das sind Äußerungen, mit denen wir Wirklichkeit repräsentieren. Solche Äußerungen können wahr oder falsch sein. Die Bedingungen ihrer Wahrheit und Falschheit sind auch Hauptthema der wahrheitsfunktionalen Semantik. Nur dass diese eher so Sätze im Sinn hatte wie, der Mensch ist ein rationales Lebewesen. Daneben hat Austin aber eine zweite Art von Äußerungen vorgeschlagen, die vollständig aus dieser Betrachtungsweise herausfällt, die sogenannten performativen Äußerungen. Das sind Äußerungen, mit denen wir nicht beschreiben, nicht berichten, nicht behaupten, die auch nicht wahr oder falsch sind, sondern mit denen wir, indem wir sie äußern, eine Handlung vollziehen. Von dieser Handlung würde man nicht sagen, dass man mit ihr etwas sagt oder etwas aussagt. Man repräsentiert nicht mit ihnen. Beispiele für solche performativen Äußerungen, mit denen Handlungen vollzogen werden, die aber nicht repräsentieren sind. Ich taufe dich auf den Namen Jason Tyron Wesley Liam Lennox und dabei gießt jemand Wasser über den Kopf eines Babys. Ich wette 100 Euro, dass ich 50 Hotdogs in zwei Minuten in meinen Hals stecken kann. Ich vermache dir diesen Dolch mit verfassungsfeindlichen Symbolen, mit dem ich in den 30er Jahren meine Heimabende in der HJ verbracht habe. Beachten Sie, was passiert, wenn diese Äußerungen getätigt werden. Indem sie geäußert werden, wird getauft, wird gewettet, wird vererbt. Vergleichen Sie das mit Niemand ist 2020 so viel auf Spotify gehört worden wie Capital Bra oder mit Der Mensch ist ein rationales Lebewesen oder mit Ich verdiene 100 Euro, wenn ich 50 Hotdogs in zwei Minuten in meinen Hals schieben kann. Hier ist es nicht so, dass schon, indem diese Äußerungen getätigt werden, Capital Bra so oft gehört wird, der Mensch ein rationales Lebewesen ist oder ich 100 Euro kriege, wenn ich die genannte sehr großartige Hotdog-Tat vollbringe. Laut Austin wird mit konstativen Äußerungen berichtet, behauptet, beschrieben. Sie können wahr und falsch sein. Mit anderen Worten, sie haben Wahrheitsbedingungen. Das ist die Art von Sätzen, die auch in den meisten anderen Podcast-Folgen zur Sprache gekommen ist. Mit performativen Äußerungen wird natürlich auch etwas geäußert. Aber indem es geäußert wird, wird auch eine Handlung vollzogen, die nicht wahr oder falsch sein kann, sondern die misslingen kann. Ich, Simon Kasper und Sie, die Sie mir zuhören, wir taufen jetzt jeweils ein Kind, in dem wir sagen, ich taufe dich auf den Namen Jason Tyron Wesley Liam Lennox und dabei schütten wir dem Adressaten Wasser über den Kopf. Wenn wir das tun, sprechen wir nicht die Unwahrheit, sondern die Handlung des Taufens kommt nicht zustande. Ich gehe dabei einfach mal davon aus, dass auch niemand von Ihnen dazu autorisiert ist, jemanden zu taufen. Wo also konstative Äußerungen Wahrheitsbedingungen haben, haben performative Äußerungen Gelingensbedingungen. Satzpaare wie Ich wette 100 Euro, dass und so weiter gegenüber Ich kriege 100 Euro, wenn und so weiter oder Ich taufe dich auf den Namen und so weiter gegenüber Sie tauft dich auf den Namen und so weiter provozieren natürlich gleich die Frage, warum die erstgenannten Sätze performativ sind, aber die zweitgenannten nicht. Ich taufe dich auf den Namen Huhn, kann gelingen und misslingen, je nachdem, ob bestimmte Bedingungen erfüllt sind, aber es kann nicht wahr oder falsch sein, und Sie tauft dich auf den Namen Huhn, kann nicht gelingen oder misslingen, aber wahr und falsch sein, je nachdem, ob die mit Sie bezeichnete Person die mit Du bezeichnete Person tatsächlich tauft oder nicht. Um als performative Äußerungen fungieren zu können, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein, über die Austin nachgedacht hat. Er ist zuerst auf Folgendes gekommen. Denken Sie dabei beispielsweise ans Taufen. A1 Es muss ein konventionelles Verfahren für die performative Äußerung geben. A2 Die beteiligten Personen müssen durch die Konventionen autorisiert sein. B1 Das Verfahren muss korrekt durchgeführt werden. B2 Das Verfahren muss vollständig durchgeführt werden. Gamma 1 Wenn das Verfahren sich auf Meinungen oder Gefühle anderer bezieht oder mit einer Selbstverpflichtung verbunden ist, dann müssen die anderen diese Meinungen und Gefühle auch haben und selbstverpflichtende Personen müssen auch willens und fähig sein, das durchzuführen, wozu sie sich verpflichten. Gamma 2 Die Beteiligten müssen sich dann auch entsprechend verhalten. Wenn die A- und B-Bedingungen nicht erfüllt sind, kommen die Handlungen nicht zustande. Ich darf sie beispielsweise nicht taufen. Wenn ich das Verfahren vollziehe, sind sie hinterher nicht getauft. Die Gamma-Bedingungen sind besonders relevant für alltägliche Performativa. Nicht so wie Taufen. Alltägliche Performativa sind zum Beispiel Versprechen, Warnungen, Vorhersagen, Entschuldigungen, Befehle, Aufforderungen, Gratulationen und so weiter. Versprechen beziehen sich beispielsweise auf Meinungen und Gefühle anderer und enthalten eine Selbstverpflichtung. Ein Versprechen wie Ich verspreche dir, an deinem Geburtstag zu kommen, hat also die Gelingensbedingungen, dass die erste Person auch die Absicht hat, dahin zu kommen, dass die zweite Person auch möchte, dass die erste Person kommt und dass beide sich auch so verhalten, dass das Kommen der ersten Person zustande kommt. Das Versprechen misslingt in so etwas wie Ich verspreche dir, dass ich dir beide Beine brechen werde. Ich verspreche dir, dass du im Lotto gewinnst, misslingt, weil es üblicherweise nicht in der Macht der ersten Person liegt, Lottogewinner zu bestimmen. In solchen Fällen vollzieht man im Gegensatz zu Verstößen gegen die A- und B-Bedingungen durchaus eine Handlung, aber die ist dann unaufrichtig. Komplizierter wird die Unterscheidung zwischen konstativen und performativen Äußerungen dadurch, dass man implizit und explizit performative Äußerungen tätigen kann. Wir können natürlich explizit versprechen oder auffordern. Dabei gibt es im Matrix-Satz ein Pronomen der ersten Person und ein Sprechakt-Verb und darauf folgt ein Satz mit dem Gehalt des Sprechakts. Wir können aber auch einfach sagen Ich komme zu deinem Geburtstag und stoppen Sie das und damit genauso etwas versprechen oder fordern. Mit der expliziten Form kann man testen, ob etwas ein Sprechakt ist. Ich beweise dir, dass ich dich liebe, ist offenbar kein Sprechakt-Verb, denn, also beweisen ist hier kein Sprechakt-Verb, denn, obwohl wir es in die Form einer expliziten performativen Äußerung gebracht haben, beweisen wir nichts, indem wir den Satz äußern. Der Beweis steht dann immer noch aus. Ebenso in Ich erkenne, dass ich einen Fehler gemacht habe. Wer das sagt, erkennt dadurch noch gar nichts. Es ist nur eine Beschreibung einer Erkenntnis, nicht die Erkenntnis selbst. Nochmal zum Vergleich mit Ich verzeihe dir, ist das Verzeihen auch gleichzeitig vollzogen. Diese Beobachtungen reichen aber nicht, um Kriterien herauszuarbeiten, mit denen wir konstative Äußerungen von performativen Äußerungen immer unterscheiden können. Es gibt auch Äußerungen, die konstative und performative Aspekte vereinen. Ich behaupte, dass Sie diesen Podcast verstehen. Das ist zugleich eine Sprachhandlung des Behauptens, die gelingen und misslingen kann und enthält eine Aussage, die wahr oder falsch sein kann. In wieder anderen Fällen enthalten performativer nicht die kanonische Form der ersten Person. Der Angeklagte wird zu zehn Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt. Das ist ein Urteil, nicht nur der Bericht eines Urteils. Wenn man also für Äußerungen keine konsistenten Kriterien findet, die die Unterscheidung zwischen performativer und konstativer erlaubt, dann ist dieser ganze Versuch vielleicht fehlgeleitet. Austen ist deshalb dazu übergegangen, in jeder Äußerung eine Dimension des Sagens und eine Dimension des Tuns anzunehmen. Das heißt, mit jeder Äußerung tut man etwas Bestimmtes und jede Äußerung hat einen Bezug zur Wahrheit oder Falschheit. Etwas äußern enthält also zwei Handlungen zugleich. Den lokutionären Akt des Etwas-Sagens und den illokutionären Akt des Etwas-Tuns. Damit ist es jetzt möglich zu sagen, mit ich gestehe ein, dass ich einen Fehler gemacht habe, wird der gleiche illokutionäre Akt vollzogen, wie mit ich habe einen Fehler gemacht, aber es werden verschiedene lokutionäre Akte vollzogen. Dazu kommt jetzt noch der perlokutionäre Akt. Das, was die sprechende Person durch ihren Sprechakt auslöst. Ist sie erfolgreich mit ihrem Versprechen, wenn es akzeptiert wird? Ist sie erfolgreich mit ihrer Entschuldigung, wenn diese akzeptiert wird? Ist sie erfolgreich mit ihrer Behauptung, wenn diese anerkannt wird? Die perlokution wird nach den Kriterien erfolgreich, erfolglos beurteilt. So kann eine Entschuldigung als Illokution gelingen. Das liegt am Vollzug der sprechenden Person, aber erfolglos bleiben, wenn die sprechende Person nicht den intendierten Effekt erzielt. Der berühmteste Schüler von John Austin, John Searle, hat die Sprechakttheorie nach Austin dann weiterentwickelt. Er wollte genauer wissen, wie sich lokutionäre und illokutionäre Akte in der sprachlichen Form niederschlagen. Denn unsere Sprachkompetenz besteht ja auch darin, dass wir sprachliche Konventionen kennen, die es uns ermöglichen, in etwas Gesagtem eine illokutionäre Kraft zu erkennen. Wir erkennen, dass mit einer Äußerung gehandelt wird, oder anders gesagt, wir kennen die Regeln, unter welchen Umständen ein lokutionärer Akt als illokutionärer Akt zu behandeln ist. Laut Searle können wir das, weil es in Sätzen bzw. Äußerungen Indikatoren der illokutionären Rolle gibt. Die Indikatoren zeigen die Illokution eines Sprechaktes an. Searle führt dafür zunächst einmal eine neue, Austin hatte eine andere, Klassifikation von Illokutionstypen ein. Es gibt Assertiva. Mit solchen Äußerungen legt man sich auf die Wahrheit oder Falschheit von Propositionen, also Satzinhalten, fest und drückt damit seine Annahmen über die Wirklichkeit aus. Dazu zählen Aussagen, Behauptungen, Feststellungen usw. Beispiel Jochen geht Es gibt daneben Direktiva. Mit solchen Äußerungen sollen AdressatInnen dazu gebracht werden, etwas zu tun. Damit drückt man also Wünsche bezüglich des propositionalen Gehalts aus. Beispiel Geht Jochen? Man will also wissen, wie es um den Wahrheitsgehalt der Proposition Geh-Jochen bestellt ist. Hierzu zählen neben Fragen auch Bitten, Aufforderungen, Anordnungen, Ratschläge, Befehle usw. Daneben gibt es auch Kommissiva. Mit solchen Äußerungen legt sich eine sprechende Person darauf fest, in der Zukunft in bestimmter Weise zu handeln. Damit wird eine Absicht ausgedrückt, die sich auf die Proposition bezieht. Beispiel Also wenn es klingelt und ich sage, ich gehe, lege ich mich darauf fest, dass ich in der nächsten Zukunft zur Tür gehe und sie öffne. Hierzu zählen neben Absichtsbekundungen auch noch Zusagen, Versprechen usw. Es gibt auch Expressiva. Mit solchen Äußerungen wird ein psychischer Zustand zum Ausdruck gebracht, der sich auf die Proposition bezieht. Beispiel Herzlichen Glückwunsch! Hierzu gehören neben Glückwünschen beispielsweise auch Entschuldigungen und Gratulationen. Und zuletzt gibt es bei Searle Deklarativa. Mit solchen Äußerungen werden sozial-institutionelle Fakten geschaffen, die sich in der Proposition äußern. Beispiel Ich taufe dich auf den Namen Lauchmaster Prime. Das waren auch die ersten Performativa, für die sich, wenn Sie sich erinnern, Austin interessiert hatte. Für alle diese Illokutionstypen soll es nun bestimmte Indikatoren geben, die sich mit bestimmten grammatischen Merkmalen identifizieren lassen. Zu diesen Indikatoren gehören die Konstituentenreihenfolge, die Akzentverteilung auf Wörtern, die Satzprosodie, die Interpunktion, der Modus des Verbs und performative Verben. Geht, Jochen hat beispielsweise einen direktiven, illokutionären Zweck, soll also AdressatInnen dazu bewegen, etwas zu tun, nämlich zu antworten. Das erkennt man hier an der Konstituentenreihenfolge, Verbinitiale Stellung. Man erkennt es auch an der interrogativen Prosodie und am Fragezeichen, wenn man geschriebene Sprache liest. Jochen geht hat einen assertiven, illokutionären Zweck. Das heißt, mit dieser Lokution wird die Wahrheit einer Proposition behauptet. Das erkennt man an der Verbzweitkonstituentenstruktur, an der terminalen Prosodie, sie fällt nach hinten ein bisschen ab, und am Punkt, wiederum, wenn man liest. Natürlich ist es auch möglich, Jochen geht zu sagen und zu verstehen. Ohne Unterpunktion, Sie hören ja jetzt und hier keine Interpunktion, wird trotz der Verbzweitstellung die interrogative Prosodie für Sie der entscheidende Indikator für den direktiven, illokutionären Zweck sein. Das ist also wiederum eine Aufforderung, ist zu antworten, mit anderen Worten eine Frage. In der Äußerung, ich gehe, kommt dann neben den Indikatoren der illokutionären Rolle noch der Kontext dazu. Unsere Sprachkompetenz beinhaltet ja auch die Indikatoren für illokutionäre Zwecke von Äußerungen je nach Kontext zu interpretieren. Wenn im Falle von Ich gehe klar ist, dass es um eine Situation geht, die in der Zukunft liegt, dann kann erschlossen werden, dass es sich um einen kommissiven Sprechakt handelt, das heißt hier ein Versprechen oder eine Absichtsbekundung. In diesem Fall kann man schon darüber diskutieren, ob hier tatsächlich Indikatoren für einen kommissiven Sprechakt überhaupt vorliegen. Man könnte sagen, die Präsenzform von Gehen drückt wörtlich nur Präsenz aus und tatsächlich weist die Äußerung Ich gehe in erster Linie Indikatoren für einen assertiven Sprechakt auf, also für die bloße Feststellung oder Behauptung, dass die erste Person Singular geht. Das ist das Thema der sogenannten indirekten Sprechakte, bei denen die tatsächliche Illokution von den Indikatoren der illokutionären Rolle nochmal abweicht. Hier lässt sich die Sprechakttheorie mit den Greisschen Implikaturen und mit Sperbers und Wilsons Relevanz verzahnen. Wenn die wörtliche Bedeutung irgendwie unangemessen ist, also scheinbar gegen Konversationsmaximen oder gegen das Relevanzprinzip verstößt, dann muss ein Inferenzprozess starten, der eine Interpretation herstellt, die die Kooperativität des Gegenübers sozusagen rettet. Wenn ich sage, ich gehe, wenn die Tür klingelt und in dem Moment des Sprechakts gar nicht die Bewegungen des Gehens vollziehe, verstoße ich gegen die Maxime der Qualität. Ich sage die Unwahrheit. Die Implikatur dieses indirekten Sprechakts wäre dann, ich habe vor zu gehen. Anderes Beispiel, das so ähnlich im Podcast zu den pragmatischen Schlüssen vorkommt. Kannst du mir sagen, wie viel Uhr es ist? Die Indikatoren sind hier die einer Frage und propositional inhaltlich hebt die Äußerung auf die Fähigkeit der adressierten Person ab, zu sagen, wie viel Uhr es ist. Wir wissen, der illokutionäre Zweck ist eigentlich eine Bitte, die Zeit auch tatsächlich zu nennen. Es handelt sich also um einen indirekten Sprechakt, dessen tatsächliche Illokution erschlossen werden muss, wofür die Mechanismen geeignet sind, die auch bei den Implikaturen und bei der Relevanz am Werk sind. Das soll es gewesen sein mit der Antwort auf die Frage, was man noch tut, indem man etwas sagt oder aussagt. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass wir, indem wir etwas sagen oder aussagen, auf verschiedene Weise handeln. Das Thema der Sprechakt-Theorie von John Austin und John Searle. Für Details verweise ich auf die Literatur und nicht zuletzt auf die Originaltexte. Für den Moment sage ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Tschüss bis zu einer anderen Folge.